Beim Manual fährst du über eine oder mehrere Wellen auf dem Hinterrad. Um in den Manual zu kommen, hebst du das Vorderrad im Wellental an und verlagerst dein Gewicht über das Hinterrad zum Sweet Spot. Mit den Beinen kannst du jetzt weiterhin pumpen, damit du die Geschwindigkeit behältst. Du solltest immer ein oder zwei Finger an der Hinterradbremse behalten, damit du bei starker Rücklage deine Balance kontrollieren kannst.